ab. Sachsen-Anhalt, Finanzminister Münch soll Regierungschef Gies beerben. Töpfer, Umweltschutz bietet im Osten mehr als 50.000 Arbeitsplätze. Urteil, RAF-Aussteiger Henning Bär muss für 6,5 Jahre hinter Gitter. Süd-Libanon, verstärkte Kämpfe zwischen PLO und Armee. Aufwind, Lufthansa startet zu neuem Höhenflug. Tennis, US-Teenie Caprieti wirft Wimbledon-Queen Navadilova raus. Das Wetter, es bleibt weiter heiß. Marisa arbeitet mit Tänzern als Schweißer. Von irgendwas muss man ja leben. Marisa, Sie lassen mich vortanzen! Flushdance in wenigen Minuten. Ins wilde Leben im Hollywood der 20er Jahre entführt sie unser Spielfilm Wild Party. Wenn du mich noch einmal anrufst, dann bringe ich dich um! Ich würde sterben ohne sie. Du sollst gut aussehen, das ist alles. Jetzt halte endlich dein großes, dummes Maul. Haben wir uns verstanden? Wild Party um 22.45 Uhr. Erben bringt sterben. Diese Erfahrung müssen heute um 21.50 Uhr die zwei machen. Zuvor jedoch, liebe Zuschauer, steht die hübsche Alex, dargestellt von Jennifer Beals, im Mittelpunkt unseres Spielfilms Flashdance. Alex arbeitet in einem Stahlwerk, doch sie hat einen Traum. Sie will als Tänzerin Furore machen. Freuen Sie sich auf viele Hits und hinreißende Tanzszenen. Schönheit heißt für mich vor allem schönes Haar. Und meine Schönheitspflege heißt El Vital. El Vital von L'Oreal. Die sanfte Pflege, die meinem Haar so gut tut. Tag für Tag. El Vital mit den aktiven Wirkstoffen für jeden Haartyp. Das Volumen mit Elastin. Der Feuchtigkeitsausgleich mit Massoja-Balsam. Und neu die aufbauende Kraft mit Repair-Protein. Pflege-Shampoos und Spülungen. El Vital von L'Oreal. Wirksam und schonend. Jeden Tag. Ich mag's natürlich und ursprünglich. Selbstgebackenes Brot zum Beispiel. Und dazu den frischen, würzigen Gervais-Kräuterquark. Das schmeckt einfach gut. Der neue Gervais-Kräuterquark. Gervais. Natur tut gut. Night and Day. You are the one. One cafe beneath the moon. None of the sun. Where the morning, noon on the eye. You've got the teeth that's always my only word. Night and Day. Night and Day. Kaffeegenuss unter Sonne und Mond. Von Jakobs Café. Wunderbar. Die Umwelteinflüsse von heute gehen unter die Haut. Und bringen die Haut aus ihrer natürlichen Balance. Stress beeinflusst die Haut und schwächt ihre Widerstandskraft. Die Haut gerät aus ihrer Balance. Dagegen hilft jetzt die neue Kamille. Mit den Heilkräften der Kamille stärkt sie in der Haut die Widerstandskraft und bringt sie wieder in Balance. Die Haut ist entspannt und frisch. Die neue Kamille bringt ihre Haut wieder in Balance, damit der Alltag nicht unter die Haut geht. Auf einen Blick in dieser Woche aktuell. Unsichtbare Gefahr. Ärzte warnen strahlenkrank nach Urlaubsfug. Auf einen Blick. Verheimlichter Skandal. Familienvater bei Operation mit Aids infiziert. Auf einen Blick. Alle TV-Spielfilme der Woche. Auf einen Blick. Verbrechen. Sex-Tyrann missbrauchte jahrelang Ehefrau und die eigenen Töchter. Auf einen Blick. Großer Leserservice. Wahre Geschichten. Extra-Rezepte Bargeld zu gewinnen. Auf einen Blick. Auf einen Blick. Die große Freizeit und Fernseh illustrierte. Mit den vielen aktuellen Themen und praktischen Ratschlägen. Mit dem großen, übersichtlichen Fernsehprogramm für die ganze Woche. Die fünf wichtigsten Sender für jeden Tag auf einer farbigen Doppelseite. Eben auf einen Blick. Und natürlich alle weiteren Programme inklusive Radio. Holen Sie sich das neueste Heft jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Auf einen Blick ist wirklich preiswert, weil es mehr wert ist, als es kostet. Crazy World. Das Superalbum der Scorpions. Mit der Nummer 1 Single. Wind of Change. Dream my way. In the wind of change. M.C. Hammer. Rapstar und Pepsi-Trinker. Heute haben wir heimlich seine Pepsi gegen eine andere Cola vertauscht. Mal sehen, was passiert. Feelings. Nothing more than feelings. Emma! Problem. Pepsi for the new generation. Geben Schuppen hilft natürlich auch Crisan, die milde Schuppenkur für die tägliche Haarwäsche und neu die Intensivkur gegen besonders hartnäckige Schuppen. Crisan von Vela. Bis gleich. Oh Mann! Schovi. Hi. Jetzt nur keinen Fehler machen, Junge. Darf ich dir was zum Kaffee anbieten? Gern. Gern. Gern? Kaffee und... Genau. Dublo. Wie wär's mit dem Schokoriegel? Äh, Schokoriegel. Oh, sie stellt Ansprüche. Wow, ich hab's. Tam-teratam, ich präsentiere die wahrscheinlich längste Praline der Welt. So lange Pralinen hab ich noch nie gesehen. Mh, bist du sicher? Ganz sicher. Wo sind die Duplos? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die längste Praline der Welt. Der neue weiße Riese Kompakt. Ein echtes Kraftpaket im Test. Schmutz und Flecken. Flecken und Schmutz. Tausendfach. Dicht an dicht. Ein Test für jedes Waschmittel. Ein Fest für den weißen Riesenkompakt. Der wäscht weiter. Und weiter. Und noch weiter. Der neue weiße Riese Kompakt. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Hallo? Hey, du Rumtreiber, wieder im Land. Ja. Und? Mir ist nach ner Dusche was zu essen. Und nach dir. Immer noch die Reihenfolge? Ah, ah. Wie dann? Bis gleich. Letta, die Halbfettmargarine, die schmeckt. Mami. Guten Morgen, Mensch. Ruhes C. Reich an natürlichem Vitamin C. So wichtig wie das tägliche Brot. Sunil und Sunil Mikro. Zito ist frisch und konzentriert auf Sauberkeit. Geht's bald los? Die Reiseschecks von American Express gibt's übrigens bei fast allen Banken, Sparkassen und bei der Post. Bitte beugen Sie vor. Auch wenn Sie gründlich zu Ende putzen, sind Sie sicher, dass Ihr Atem gut ankommt? Eww. Gehen Sie sicher mit Odol. Denn die Zahnbürste kommt nur bis hierhin. Erst Odol bekämpft Geruchsbakterien bis tief in den Rachen und gibt sympathische Frische, so weit der Atem reicht. Odol Mundwasser. Also Jungs, ist ja schon ganz okay, aber erst alles drei zusammen im neuen Milka Nussini. Macht mich dreifach an. Leichte Waffel mit viel Nuss, Milka Schokolade, Nussini, 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 jetzt ganz neu. Das neue Milka Nussini, dreierlei statt einerlei. Wir lieben die Natur. Und weil wir die Natur lieben, sind wir ganz begeistert, dass wir jetzt was Neues zum Spülen entdeckt haben. Das neue Priel mit Plantaren. Das ist nämlich das erste Markenspülmittel, bei dem alle Wirkstoffe vollständig biologisch abbaubar sind. Das neue Priel mit Plantaren. Alle Wirkstoffe sind auf pflanzlicher Rohstoffbasis hergestellt. Alle sind vollständig biologisch abbaubar. Das neue Priel mit Plantaren. Noch nie war Spülkraft umweltverträglicher. Das folgende Angebot können Sie gleich bestellen. Dominion präsentiert Classic Rock Classics. Die 50 größten Rock Songs aller Zeiten. Vier Stunden fantastische Musik mit dem London Symphony Orchestra. Classic Rock Classics. Rockmusik und Klassik meisterhaft vereint. Ein gewaltiges Klangerlebnis auf 5 LPs, MCs oder CDs. Classic Rock Classics. 50 Meisterwerke in einer einmaligen Edition. Telefon 060 39 60 60 oder Postkarte an Dominion. Rufen Sie gleich an. Jetzt ist die Zeit für Krön und Leid. So viel Aroma. Nur halb zu viel am Koffein. So viel Aroma. Genieß bewusst. Jetzt ist es leicht. Jetzt ist die Zeit. Das halbe Koffein. Das ganze Aroma. Neu von Jakobs Kaffee. Wunderbar. Im Palmolive wirkt natürliches Protein. Darum ist es so mild und sanft. Palmolive. Es pflegt die Hände schon beim Spülen. Und mit seinem Aktivstoff auf pflanzlicher Rohstoffbasis ist es auch der Umweltgrün. Ich bin Mark. Niemals. Mein Bruder ist tot. Wir brauchen Beweise. Dann helfen Sie mir das zu beweisen. Oh. Ton. Bitter. Wenn du recht hast mit dem was du sagst, dann müssen sie uns beiden ja auch an den Kragen wollen. Mhm. Mein Haar ist koloriert. Und ich liebe diese Farbe. Damit sie so leuchtend, so lebendig bleibt, nehme ich Réonance von L'Oreal. Die innovative Formel von Réonance Farbbrilliance Balsam hat einen UV-Schutzfilter, der koloriertes und getöntes Haar sanft pflegt und die Leuchtkraft des Haares belebt. Mit Réonance ist mein Haar gepflegt. Die Farbe so leuchtend wie am ersten Tag. Réonance Farbbrilliance Balsam von L'Oreal erhält die Leuchtkraft wie am ersten Tag. Coca-Cola Light Das unvergleichliche Geschmackserlebnis Noch nie hat mir eine einzige Kalorie so gut geschmeckt. Der neue Coca-Cola Light Geschmack. Eine Klasse für sich. Jetzt auch koffeinfrei. Coca-Cola Light Warum Sergio Camarini Biscuit empfiehlt. Zieh mal. So wehr halt den Scampi ihren vollen Geschmack. Chefköche empfehlen Biscuit. Heute genießt man ohne Zucker, aber extra lang. Orbit ohne Zucker. Der schmeckt so lang, der Wind uns vorwärts treibt. So lang, so lang, wie man im Sattel bleibt. Das ist Orbit, natürlich ohne Zucker. Ja, der schmeckt so lang, so lang, so extra lang. Orbit ohne Zucker. Extra lang im Geschmack. Neu von Gammon. Body Shampoo mit aufregendem Duft. Mild. Vitalisierend. Verführerisch. Verführen mit Duft. Gammon in exklusiven Duftnoten. Jetzt wird getan! Stundenlang, nächtelang, jede Woche in Q7. Tanzfilme, die es in sich haben. Als Tänzer bin ich sowas wie ein Naturtalent. Was auch sonst. Ich hab einen Job am Broadway. Als was denn? Als Tänzer, hast du vergessen? Ich bin Tänzer. Der Leidensweg eines Tänzers zum Erfolg. Die Show ist das Wichtigste, meine Ero, nicht du. Die Show, das darfst du nie vergessen. Ich werd's nicht vergessen. John Travolta in Staying Alive. Am 10. Juli um 20.15 Uhr. Wenn ein totgeglaubter sein Recht fordert, dann ist eine Erbschaft wahrhaftig kein Vergnügen mehr. Betrug oder nicht Betrug, das ist nun die Frage für das ungleiche Duo Brad Sinclair und Danny Wilde. Bald müssen die zwei feststellen, dass Erben sich durchaus auf Sterben reimt. ... ... ... Untertitelung. BR 2018